Geht dann besser mit dem Speer, ja? Guck mal, ich spreng in die Hocke. Mach das an, wie sie kommen mit allen um nach 0. Schau mal los, geht gut. Mit dem Speer. Guck mal, ich piech dich. Ah ja, ich hab dann am Speer mehr. Na gut, wollen wir jetzt endlich weitergehen? Gerne. Nehmen wir mal in Axt wieder an der Hand. Wird ja eh gleich hell kommen. Warte, 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 warte. Warten wir jetzt schon wieder. Und wir werden gleich in den Stock. Wo wird höchstern? Wer fehlt dann noch? Lass rauskommen. Das können wir ja nächstes Mal testen oder nachher testen. Jetzt lass uns endlich in die Höhle gehen, weil das ist echt noch ein verdammt weiter Weg. Was? Hast du irgendwas nach mir geschmissen? Aua! Sag mir jetzt nicht, ich hab dich getroffen und den Vogel nicht. Ne, du hast mich getroffen. Au! 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 Ein kleiner Junge! Ich geh jetzt hinten, ja. Ahh, keine Hauer, nr, ue! Hey! Au! Au! Oh, warte mal kurz. Ich hab einen Stein im Schuh. Wo ist es? Ich bin hier hinter dir! Du du nicht? Ich hab dich getroffen! Du hast mich nicht gesucht? Hast du mich nicht vermisst? Ein kleines bisschen vielleicht? Ey, ich hör das. Ey, guck mal, was licht denn da? Ein ganz großes bisschen, ja. Ähm, Leute, da hinten ist Licht. Geradezu. Nimm auf, Aua. Kannst du das licht, da hinten ist doch ein Dorf, oder nicht? Ja, aber trotzdem, ich hab... Da geht ja nicht auf. Ich schwimme hier rüber. Vielleicht auch da rüber. Ich auch. Ich sehe ja nicht. Die Sonne geht auf. Und da war die geduckt. Die geduckt. Die geduckt. Die Haupttaste? Ja, die Haupttaste. Vielleicht haben wir hier nichts. Vielleicht versteckt ein Busch. Hm. Da ist einer, da ist einer. Das versteckt nicht. Die laufenden Richtungen in die Modderhöhle. In die Modderhöhle. In die Modderhöhle. Blöder Hase. Blöder Vogel. Blöder Vogel. Noch ein blöder Vogel. Das gibt's doch nicht. Blöder Loich. Blöder Seestern. Blödes Doof. Ich hab'n Kopf. Ich hab'n Kopf. Ich hab'n Kopf. Ah, ein Vogel. Vogel Kopf. Oh Leute, ich muss unbedingt was trinken. Aber ich hab' ja noch Loichhaut hier. Sowieso ein bisschen Rüstung. So los, lasst uns. Gehen jetzt hier. Bleib' hier. Ich hab'n Vogel getroffen schon wieder mit dem Stein. Warte mal, da läuft mein... Nein, das gibt's doch ja nicht. Hey Frühstück, bleib' hier. Hihihi. Ich hab' dich. Oh, brauchst'n Pausen. Ich hab' ihn, danke. Hast du schon wieder einen in der Hand oder was? Das gibt's doch ja nicht. Ah! Ist was? Ja, komm, lass' dir ne Ruhe. Kommt her. Ja, du sagst, lass' dir ne Ruhe. Guck mal, ich brauche ein FPS. Da ist doch ja nisch. Hä? Ich hör' das aber laufen. Da hast'n Soundbug. Nee, der hat... Der läuft doch vorbei. Ich seh' nisch. Hm, es regnet dann auch noch. Jetzt werden die Federn an der Achse auch noch nass. Die Landschaft ist hier schon. Cool gemacht. Ja. Da hinten sind die großen Schiffröten. Ja, aber die geben kein Fleisch hier hinten. Da kannst du echt nur den Panzer annehmen. Ja. Da hat er wieder eine. Oh, hier macht einen Hasen? Nee, gerade nicht. So, da sind wir in der Höhle. Okay, dann werden wir mal... Setz ihn runter. Ich hab' drauf. Mal wieder umstellen. Hä? 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 Ich kann den nicht mehr aufnehmen. Warte mal, ich muss mal einen alten Loch rausschmeißen. Drei Stück. Drei Loche? Nein. Drei Loche. So, guck mal, da liegt ein Loch, ich kann's aufnehmen. So, lass uns rinchen, komm. Ja, wir haben auch schon gesehen. Mal die Loche? Ohne so. Ich hab' ein Rohner. Böck mal die dann? Ohne. Dann geht's hier. Ohne hier? Hey, wir halten hier. Wir werden uns gleich erstes Katana holen sollen. ach egal die axt machte doch die haben jetzt deutlich weniger uhren um war ja wo ich muss ich muss das mal ein ding ist uns nigger ist hier und ein großer hat das ganz aber glauben jetzt geht er gleich zur sache freunde ja die habe ich auch ich werde erst mal eine bombe schmeißen freunde ich habe zwei stück davon ja jetzt haben wir uns sauer gemacht na klasse da ist er los wie mit die brühe kommen ich bin tot könnte mich wiederholen ich hole mal wieder danke keule Oh, sorry. wieder aussieht ja kaputte kameras stimmt da könnte recht haben das könnt ihr schmolzen das glas sein ja ja ich habe schon gesehen aber ich denke mal auch das ist die schmolzen das glas ist jetzt wird es extrem laut heute ganz ehrlich das zieht hier so cool aus ja aber die höhe die die da wo wir ziehen wollen hier ist richtig cool alter so habt habt ihr alles da ist noch die modernax alles mitnehmen habt ihr alle die modernax ja okay ich gehe jetzt hier runter hier musst du jetzt gehen schon so lange her also hier müssen wir auf jeden fall nicht runter glaube ich nur ich glaube nicht ja guck mal aber ich glaube das war hier nicht da die mal gucken also dort war das soll das nicht das war nicht das seil oder genau das war hier hinten da wo der uwe ist da müssen wir hin so jetzt muss man die climbing axt nehmen leid und feil hier wird sich runter über die climbing axt mit e und dann lasst bitte die maus los und drückt dann entweder a oder d in dem fall ist es ja d du lass das mal ein vorgehen wir gehen nacheinander ich auch nicht das war aber hier lang das weiß ich noch das war das doch darunter keule das war die modernax das ist wohl doch unter war endlich ist die dünse von ihm und im dingsweg ja hier war das keule jetzt war ich glaube aber hier lange ja 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 geh du zuerst dann geht benni und dann ja scheißen 3 komm hoch noch ein hoch und jetzt rechts ok und runter und wie geht das jetzt mit den drücken und alles los das nur die drücken heute sagt man okay ich mache jetzt nur die drücken d also jetzt e und d weiter weiter noch ein jetzt runter ja ich habe mich ja hier letzt mal verpackt was das noch da war es dass die wesen mit der ausrüstung in spiel wieder gekriegt genau an die wand jetzt wo keule ist jetzt kannst du schon du bist jetzt a drücken jetzt kannst du runter die lue ja heute sagte bescheid Danke! Okay! Hier runter! Oh, nervt das mich mit einem Feuer. Warte, warte mal, bevor wir hier runter gehen, rüsten wir uns alle schon mal aus. Mit rüsten wir? Ja, mit Axt. Wir sind auch relativ viele Babys, ne? Ah, waren die nicht die, die ganzen Babys? Ja. Und zweimal Muschiklaus. Ah, scheiße, die waren so, ah, die sind so fuck, die Babys, ey. Und dreimal der Loppe nehmt und nachher am Loch, ob es dreimal der Loppe nehmt und dreimal ist. Und dreimal der Loppe nehmt und fettig. Und dreimal der Loppe nehmt und dreimal ist oder fettig. Vielen Dank.